Jetzt wollen wir zur Seite gehen. So. Nur musst du vorher die Leine abmachen, Heike, ne? Keine Ahnung. Ja doch, kannst du, glaube ich. Ja, kannst du. Oh. War bei zu dicht. Hast du nix, ne? Ja. Hm. Fuss! 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 Super! Hahahaha Sit! Locken! Bei allen Hunden könnte ich hier eh nicht hocken, das machen meine Knie nicht mit. Weißt du, ich bin hier in den Stuhl, bei allen Hunden könnte ich hier eh nicht hocken, das machen meine Knie nicht mit. Der Stuhl sitzt hier auch zu hoch. Sehr schön. Davon sehen wir jetzt leider wenig, aber... Morgen soll also Schnee regnen. Ja, das wird wirklich so... Ja, ja. Hahahaha Gut. Wie ist sie mit mir? Ja, weil... Ja, weil... Ja, das ist ja auch den... Auch wirklich, ne? Ja. 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 Vielen Dank.